willkommen zurück zu sfs sonnensystem und willkommen zu einem neuen video ihr seht es ist ein bisschen anders als sonst es ist nämlich vor kurzem ein neues update rausgekommen und ich würde mir ganz gerne anschauen was da so passiert ist denn es hat natürlich auch einfluss auf unser sonnensystem ich bin hier gerade noch in sfs wir gehen aber mal kurz rüber und zwar hierhin und ich habe einfach die neuen funktionen einmal fotografiert und hier haben wir sie also es sind fünf sachen die hinzugefügt wurden die erste sache ist achievement list also eine liste wo man quasi alle möglichen sachen die man im spiel erreichen kann einmal macht quasi auf jedem planeten einmal landen auf jedem planeten einmal niedrigen und hohen erd niedrigen und hohen orbit haben und so weiter und so fort ich möchte gucken ob das auch für selbstgemachte sonnensysteme der fall ist dann edit space center to classic mode ihr seht also ihr habt vielleicht schon gesehen in meinem beta video quasi da gab es quasi das weltraumzentrum zumindest dieses eine gebäude war da schon fertig wo die raketen gebaut werden und das wurde jetzt scheinbar auch zu den restlichen welten hinzugefügt das werden wir uns auch auf jeden fall anschauen dreifachen physikalischen zeitraffer also quasi wir hatten vorher einfach und zweifach und jetzt haben wir scheinbar noch einmal dreifach dazu bekommen edit elliptical planet orbits das ist auf jeden fall ganz interessant ihr habt euch vielleicht noch erinnert wo ich ganz am anfang die ganzen teile texte oder den ganzen code erklärt habe und da gab es eine sache die nichts gemacht hat nämlich exzentrizität die funktioniert jetzt also wir können tatsächlich planeten machen die einen nicht kreisrunden orbit haben was natürlich höchst interessant ist für uns und damit werden wir auf jeden fall eine menge rum spielen und move video tutorial button from home to hub build world das dann einfach nur dass die tutorials jetzt an einem anderen ort sind das ganz ehrlich interessiert mich nicht so sehr aber die vier darüber und vor allem der vierte punkt die werden wir uns auf jeden fall alle anschauen und dann gehen wir mal rüber ihr seht auch hier das startmenü ist weitaus ordentlicher erinnert euch vielleicht vor ein paar versionen da waren hier irgendwie so acht buttons jetzt sind es einfach nur noch fünf ja und einige davon sind auch wirklich nicht viel ich meine settings ist das hier ja vorher waren ja auch noch die ganzen cheats drin aber jetzt wurde es eben auch über die welten geregelt und so weiter und so fort also sieht auf jeden fall ganz gut aus hier hat sich nichts geändert aber wir werden mal hier auf spielen gehen und dann sollten eigentlich auf aridus landen genau ich weiß nicht warum wir jetzt hier eine blaue atmosphäre auf einmal haben jedenfalls sehe ich schon unten die oberfläche wir sind ein bisschen darüber aber das liegt halt daran dass ich eben mein launchpad da hingesetzt habe so was was hat mir achievement list genau wir haben hier etwas scheinbar funktioniert das ruhe das natürlich schön tatsächlich aber auch nicht komplett muss ich sagen ähm tenera zum beispiel ja landet on the surface of tenera ja genau wir sind auf also wir sind noch nicht aber man kann auf der oberfläche von tenera landen da fehlen aber ein paar sachen das ein bisschen doof ist zum beispiel den orbit erreichen oder so ähm das ist nicht ganz der fall also es gibt es auf jeden fall nicht die ober atmosphäre gibt es hier auf jeden fall also ein bisschen komisch ich glaube das funktioniert noch nicht ganz hier bei mintus gibt es auch den niedrigen mintus orbit aber bei tenera eben nicht deshalb finde ich das ein bisschen merkwürdig also wir können das quasi so seit halb abhaken ja es gibt schon einige sachen aber es ist scheinbar noch nicht ganz ähm vollständig so space center to classic mode ja das sehen wir hier das ist unser ähm wie ist das noch mal ja unser weltraumzentrum und das hier ist eben unsere rakete raketen herstellungs ort ach keine ahnung ich habe den namen vergessen ist auch egal ähm dreifachen physikalischen zeitraffer dazu müssen wir eine neue rakete bauen und ich würde sagen wir nehmen einfach die hier und jetzt ist tatsächlich die blaue atmosphäre weg ok das ist ähm interessant ja wir haben nur dieses eine gebäude die beiden anderen waren auch nichts anderes als einfach nur graue kästen daher denke ich mal ist das nicht so wichtig wenn die hinzugefügt wurden jedenfalls sind wir jetzt hier quasi im einfachen gewöhnlichen time warp ähm dann gehen wir mal hier ins zweite und wir gehen mal auch kurz auf die karte ok wir haben irgendwie keine flugbahn oder doch doch haben wir ich möchte jetzt einmal in den dritten gehen und ja das hat tatsächlich geklappt und ich möchte nicht unbedingt hier die ähm den einflussbereich verlassen aber scheinbar klappt das auf jeden fall können ja einmal hier den orbit komplett machen ich weiß wird nicht der beste orbit so jetzt sind wir ganz oben und dann machen wir mal machen wir ein bisschen niedriger und tatsächlich haben wir hier die dreifache physikalische zeitbeschleunigung also das ist auf jeden fall ganz interessant und das war auch schon der nächste punkt also es funktioniert auf jeden fall und punkt 4 ja ähm werden wir kurz überspringen punkt 5 video tutorial button from home to hub with world ok das heißt wenn wir hier hingehen sollte ja genau video tutorials und dann haben wir hier die drei tutorials was wahrscheinlich so uralte videos sind auf dem sfs kanal ähm ja jedenfalls war es das jetzt und wir schauen uns den vierten punkt an nämlich added elliptical planet orbits genau ähm ich werde mal schauen also bisher haben wir natürlich komplett kreisrunde orbit bahn und das seht ihr auch hier und das werden wir jetzt hier mal ein bisschen verändern und zwar würde ich ganz gerne vorher noch ein screenshot machen dazu machen wir das einmal so dann kann ich das in ein thumbnail packen ähm mit quasi so einem vergleich zwischen vorher und nachher also ihr seid jetzt quasi auch mit dabei ist ein bisschen chaotisch aber ich denke mal hier kommt klar oh ähm okay das gefällt mir nicht so wir haben hier ähm exit to main menu weggemacht jetzt muss man immer zum weltraumzentrum gehen und dann erst ins hauptmenü heißt das wird immer ein bisschen länger dauern jetzt alles zu machen aber okay ähm ich glaube das können wir jetzt auch wegmachen dann gehen wir mal hier rüber und dann können wir quasi Sachen verändern und das bezieht sich halt vor allem hier auf die Exzentrizität ich würde sagen wir fangen einfach mal mit Aridus an und wir haben hier unten ganz unten die Exzentrizität unter Semi-Major Axis und ich würde sagen wir machen das mal ich will es noch nicht gleich ganz so hoch machen weil am Ende machen wir es komplett kaputt machen wir das mal auf äh 0,5 und schauen mal was passiert so da haben wir es geladen und oh ja ähm das ist wirklich eine Eierform das muss man schon zugeben und das war nur 0,5 aber das ist jetzt schon sehr stark ähm verändert also ich würde sagen ähm weniger ist tatsächlich besser in dem Fall wenn wir es jetzt auf 1 machen würden kann ich mir vorstellen dass wir durch Polon durchfliegen würden was nicht so toll wäre daher ja müssen wir mal schauen ich mache es auf jeden Fall ein bisschen bisschen weniger also ihr habt es vielleicht schon gemerkt heute kommt kein neuer Planetrahmen sondern eher so so ein paar Sachen verändern ja wir machen das mal doch ein bisschen niedriger tatsächlich würde ich den Orbit ganz gerne ein bisschen erhöhen damit wir nicht doch noch aus Versehen ähm da drinnen landen ich frage mich wenn wir jetzt weiter spielen wird das neu geladen oder nein es sieht nicht so aus schade also wir müssen tatsächlich erstmal zum Weltraumzentrum und dann zum Hauptmenü dann müssen wir wieder reingehen äh das ist tatsächlich ein bisschen nervig also das wäre eine Möglichkeit das Spiel doch wieder ein bisschen zu verbessern so ich glaube wir sind auf jeden Fall weiter weg wir sind aber immer noch ziemlich ziemlich exzentrisch also der Planet und ich denke mal ich werde jetzt alle Sachen so ein bisschen verbessern verändern ich weiß tatsächlich nicht wie das dann mit den mit den Dingsda Bums mit den Trojanern funktioniert ob die dann immer noch dieselbe Umlaufzeit haben werden wir mal ausprobieren aber ich werde jetzt alle Sachen ein bisschen verändern und dann sehen wir uns gleich wieder so da haben wir es ich habe überall die die Exzentrizität ein bisschen verändert hauptsächlich hier bei Polon, Tenera und Dulcis und ihr seht auch jetzt deutlich dass man auch die drei Bahnen quasi stark voneinander unterscheiden kann aber sie sind immer noch in etwa derselben Position und ich denke mal das werden sie auch so bleiben also ich bin ganz zufrieden damit das ist auch generell bei Trojanern so dass sie eben nicht die perfekte gleiche Bahn haben das war halt vorher nicht möglich ja das habe ich ja schon im vorletzten Video oder so erklärt und durch die Exzentrizität kann man trotzdem eben ein bisschen ein bisschen Farbe mit da reinbringen Terra habe ich praktisch genauso gelassen wie es ist und warum ist der Name weg? ok bisschen merkwürdig dann gehen wir mal da rein hier haben wir Mintos da habe ich auch nur minimal was verändert als erstes Ziel sollte es quasi relativ einfach bleiben und ich habe irgendwie gerade Probleme mit dem rein und raus zoomen manchmal funktioniert es nicht ich denke mal ich gehe einfach mal kurz raus und öffne es neu huch so jetzt aber jetzt ist der Name wieder da von Terra also alles wieder im Lot ich habe alle ein bisschen verändert bis auf Terra da habe ich nur minimal was gemacht Kalida könnt ihr vielleicht leicht erkennen so leicht nach links oben verschoben da ist es ein bisschen näher dran in der Bahn von Terra und rechts unten ist es ein bisschen weiter weg und hier haben wir natürlich auch Polon und da haben wir Aridus und ich habe gerade die Zeitbeschleunigung gehabt deshalb war das irgendwie so ein bisschen merkwürdig das finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen zu viel ich würde Aridus tatsächlich auch noch ein bisschen weiter nach draußen setzen also es gibt immer noch ein paar Sachen die man verändern müsste, könnte schauen wir mal hier nach und ja das ist auch schon ein bisschen verändert ich habe da auch nicht zu viel machen wollen weil wir haben halt hier einen Trojaner der relativ groß ist der dann schnell mal auch mit den anderen im Weg kommt deshalb wollte ich da nicht allzu viel machen aber es sieht an sich sieht ganz gut aus muss ich sagen dann schauen wir auch mal bei den anderen Trojanern dabei ich habe im Grunde dieselben Zahlen benutzt aber es hat natürlich einen unterschiedlichen Effekt wenn sie an unterschiedlicher Stelle stehen und hier sieht man das glaube ich sogar ein bisschen ein bisschen deutlicher sieht alles so ein bisschen verschoben aus also gefällt mir muss ich sagen und ich hoffe natürlich euch gefällt es auch und ich würde sagen das ist praktisch das Ende des Videos Ende der Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr wollt dann lasst ein Like da und ein Abo um nichts mehr zu verpassen beim nächsten Mal kommt dann ein neuer Mond dran und ich verspreche es euch und das war es bis zum nächsten Mal und Tschüss